Na, wie ihr seht, hier sind so einzelne Bilder aufgestellt. Ich guck mal immer, dass ich ein Bild erwische, dass ich die Leute nicht vertreiben muss, die hier vorstehen und sich darüber informieren. Zum Beispiel ist das Bild eines Wasserwerfers. Ich hol das mal ran. Wasserwerfer. Wasserwerfer gehören zu der Standardausrüstung der deutschen Polizei, obwohl ihre Wirkung als nicht beherrschbar gilt. Das präzise Zielen auf einzelne Personen ist nicht möglich, die Wirkung dafür umso verheerender. Moderne Wasserwerfer können problemlos Windschutzscheiben zerschießen, bei Menschen führen sie zu Augen- und Ohrenverletzungen, Blutergüssen bis hin zu Rippenbrüchen. Für den Medizinprofessor Weide steht fest, dass Wasserwerfer eine gefährliche Waffe sind, die ein hohes Verletzungsrisiko für den Kopfbereich und insbesondere für die Augen bergen. Aufgrund ihrer materialischen Erscheinung können Wasserwerfer vor allem gegen größere Menschenmengen eingesetzt werden, Massenpaniken auslösen. Abernösen automatisch weiterverkennende Ohhh! nach der